Heute muss ich leise reden, habe ich eine Geschichte für Sie, eine wahnsinnig urwitzige Geschichte, die mir heute passiert. Heute die Geschichte, die Geschichte 10 Cent gelesen ist auf YouTube. 10 Cent Schulden, wie geht das? fragt sich jeder folgendermaßen, heute muss ich leise reden. Das war so, ich habe einen Kaffee bestellt und in dem Kaffee habe ich nicht viel Geld gehabt. Dann hat sie gesagt zu mir, zahl mir die 10 Cent irgendwann zurück. Ich habe gesagt, jetzt habe ich 10 Cent Schulden. 10 Cent, hören Sie mal, das ist kein Witz. Dann bin ich ein Bier trinken gegangen, hatte gerade wieder 10 Cent im Geppbeutel und der Wirt hat das als Trinkgeld gegeben, geschenkt. 10 Cent Schulden, das müssen Sie sich mal vorstellen, weil sowas hat es noch nicht gegeben. Nächste Woche muss ich die 10 Cent zurückzahlen. In diesem Sinne, das Wort Geschichte 10 Cent Schulden. Servus. Ja. Ja. Ja.